Ach, hallo, damit ich es nicht sehe, wer wirklich immer seine Finger drin hat in der Hosentasche. Eine schrecklich nette Familie. Lernen Sie am besten das Fernsehprogramm auswendig? Und mein Sohn hat Geburtstag. Gut, dass wir nie zusammen feiern. Weil ich war ja gleich das Geschenk vom Kicker. Gell, was hat er gesagt? Schöne Weihnachten wieder. Wie alles geputzt ist in RekuTV. Hat sie auch den Einstellungstest mitgemacht? Ach so, Exklusivvertrag. Wer hat das gekriegt? Gut, viel Spaß weiterhin, weil ich schäme mich so mit den Olmen. Gell, schade, wir wissen ja, wer an den Sarg hört. Wann dauert es denn Uschi Gessler bei dir? Ist er noch Pilot? Zahlt er dir auch noch ein Getränk? Tschüss, tschüss, tschüss. Ist noch einer hier, gell? Verzeihen Sie mal, da geht's. Viel Spaß weiterhin. Teletext. Am besten lernen Sie das Programm auswendig, gell? Wo ich so viel machen wollte. Barbecue. Und dann nicht vergessen, dass es ja der Politiker-Karsei war, oder Verbrecher auch. Und hier dann die Aniko war. Immer so parallel, die Namen dazu, gell? Ach so, und immer ein Echo wird hier geredet. Verzeih, Verzeihung, oh sorry, oh excuse, und so weiter, gell? Gut, dass die Gehärtstabelle ja die Bild-Zeitung immer mitschreibt. Verbrecher-Karsei-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-Karai-K